Ich wollte auch kein Bild machen. So, weiter geht die. Genau mit Digimon. Einmal nach vorwärts und dann einmal rum und dann... Boah, das ist ein schönes Auto. Das schrotzt sie. Hoho. Ich weiß, dass er nicht auf Bild ist. Wie die ganzen Autos hier. Da ist nämlich jetzt in der Arbeit so ein Dynamit auf Rädern. Da haben sie die Autos kaputt. Also da... Tun die die Autos kaputt fahren. Oh, dann hat der einen Teddy vorne dran. Der hatte gerade einen Teddy am Auto. Der hat jetzt einen Teddy am Auto. Das hat er schon mitgenommen. So, jetzt ist er so dummer. Oh, es ist warm. Es ist eigentlich nur warm. Ich mische beim Autofahren. Das ist jetzt die Show. Ich muss doch mal nach vorne gucken. Dann kann ich nur noch in die Kamera gucken. Jetzt brauche ich mal hier. Und dann gleich auf YouTube die Videos. Das eine von vorne und das andere jetzt beim Nachhauseweg. Und... Das ist eine wichtige kleine Info. Ich habe wohl wahrscheinlich bald wieder nach... Oh, 1, 2 Jahre, ich ersuche. Ein Job. Als Zeitungszusteller, was ich schon mal gemacht habe. Da werde ich... Da werde ich... Wieder nur am... Am vorn sein. Das ist... Das ist cool. Ja. Ansonsten war es so... Mein Kanal abgeht. Bei YouTube gerade momentan nichts. Let's Plays habe ich erstmal völlig aufgegeben. Ich würde für mich gerade eher... Den Streams... Würde es heute wieder einen geben. Und ja... Wenn ich öfters mal so eine Videos machen soll. So eine... So eine Vlogs... Vlogs im Auto. Dann schreibt das mal unter die Kommentare. Ich kann halt nicht jedes Mal... Ich sollte meinen Sitz einstellen. Ich kann zwar nicht jedes Mal in die Kamera gucken. Ich muss auch nach vorne gucken. Das ist übrigens mein Griper. Das ist mein Griper. Der ist auch mit dabei. Und ja, ansonsten... Streams gibt es in nächster Zeit wohl erstmal oft. Weil der Job, der dauert... Also... Vor nächsten Donnerstag ist jetzt sowieso nichts. Da wird noch einiges berechnet. Wegen der Tour. Und... Ich muss kurz erstmal raforten. Und gute LKWs groß. Ja... Ansonsten... Ansonsten... Was ich spiele... Also was ich noch... Was ich jetzt noch spielen könnte... Wäre... Ähm... Ist ne gute Frage... Ist ne gute Frage... Ist... Also Playstation 1 momentan... Gehen... Gehen so gut wie nicht. Und ja, ansonsten... Ist halt... Ist halt Usu das... Äh... Usu dieses Standort... Das... 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 Das Streamspiel... Schlecht drin... Wenn ich... Werden mal probieren... Ob Playstation 2 geht... Dass ich zumindest Playstation 2 Spiele spielen kann... Das müsst ihr meinen PC noch hinkriegen... Oder... Wart mal... Ich kann schon PS1... Ich müsste das dann... Ich darf das halt nicht von der Festplatte spielen... Von der externen... Sondern muss das dann... Auf dem PC machen... Auf dem PC machen... Auf ne... Äh... Also auf meine... Auf meine D-Festplatte zum Beispiel... Und das Spiel... Das ich dann... Dann streame... Das muss ich dann... Das kann ich dann so spielen... Also meine externe Platte muss dann ab sein... Das kann ich von der Platte aus spielen... So... Jetzt kann man Ampelrot... Ja... Ansonsten... Gibt's auch was zu sagen... Äh... Ein bisschen Hempfen... Streams... Das erste Mal... Das meine ich so... Und ja... Ansonsten... Mehr gibt's eigentlich nicht zu erzählen... Dann Let's Plays sind erstmal... Geschichte... Die gibt's erstmal nicht... Und... Also die Let's Plays wird's wahrscheinlich erstmal nicht mehr geben... Zumindest bis mein Rechner nicht... Ähm... Ausgebaut ist... Sagen wir mal so auf Deutsch... Und ja... Kommt mal zu... Äh... Und... Ansonsten... Ich film ein bisschen nach Hause... Also... Wir können euch noch was erzählen... Wir haben gerade mal 6 Minuten... Wir haben... Wir machen die... Schaut mal... Wie machen die 10 Minuten sollen... So... Aber... Oh Gott ey... Was bremst du da vorne so... Mann... Uah... Mittenhin... Ich will nicht... Ich will nicht richtig... Ich will gerade aus... Ähm... Ja... Ansonsten... Ja... Spielmäßig... Achso... Ich könnte mal wieder Dark Cloud spielen... Ich hatte es ja beim Stream angefangen... Mal schauen... Ob das... Wo ich da zuletzt war... Ich glaube... Wir waren auch relativ am Anfang... Gell... Ja... Ansonsten... Wie kann ich dieses Video betiteln? Vlog im Auto... Nummer 2... Der erste... Oder das erste war aber ein Testvideo... Also wird das... Wird der Vlog jetzt... Der 1... Der 1... He... He... Ja... Ansonsten... Noch was zu sagen... So... Wenn ich noch mehr so die Videos machen soll... Mit Vlog im Auto... Dann schreibt es mal in den Kommentaren... Ob das... Muss halt bloß gucken... Wie ich das dann immer mache... Hier... Ob das dann so geht... Ich habe ja mal gerade... Mein Handy an der... An der Handyhalterung dran... Und deswegen kann... Seht ihr mich jetzt auch hier so... Wenn ich das Auto vor... Ich filme nicht nach vorne... Ich filme nach... Ich filme zu mir... Meine... Ich habe meine Frontkamera an... Huch... Ich bin mittig vorne... Sonst kann man... Oder hell... Laut... Ja... Ansonsten gibt es für den Stream... Nachher so... Nach dem Kaffee... Ich trinke jetzt noch einen Kaffee... Und... Ansonsten... Boah... Ein Bad... Wie gern würde ich jetzt im Bad sein... Leider fehlt das Finanzielle... Ja... Ansonsten... Was gibt es noch... Jetzt habt ihr mich wieder mal gesehen... Nach lange... Auf meinem Kanal ist ja... Momentan eh nichts los... War unsere Basti? Ne... Es war ein Kumpel... Ich dachte es wäre ein Kumpel gewesen... Ähm... Ja... Ansonsten... Gibt es eigentlich nichts weiter zu sagen... Bis auf... Wenn es wieder mal... Wenn es wieder mal Videos gibt... Dann so eine Vlogsart... Also... Wie hier im Auto... Dass ich im Auto irgendwas erzähle... Oder irgendein Thema finde... Aber erst mal gucken... Wie das so bei euch ankommt... Ob das euch stört... Wenn ich jetzt im Auto sitze... Und mich dabei filmen... Wie ich fahre... Oder... Was lange ich auf dem Straßenverkehr achte... Und bin da hin... Da kommt ihr hin... Hoffentlich so... Ich gucke ja immer wieder zurück... Aufpassen hier... Steht nämlich der Bus hier... Der rechts hinter mir... Steht gerade der Bus hier... Man muss da aufpassen... Ich denke... Die Menschen... Die Typen denke ich... Oh... Was redet die denn da im Auto... Und... Redet mich mit sich selbst... Äh... Nicht schlecht... So... Ich rede praktisch mit mir selbst... Schafft man schon... Schafft man schon... Muss doch mal nach vorne gucken... Nicht nur nach rechts... Er hat gerade... Einer hat nach rechts geguckt... Und gehe ich jetzt gerade vor dem Fahrrad... Das ist ja übel... Naja... Manche... Also... Manche Autofahrer... Also überlegt euch... Ob ihr Auto fahrt... Ob ihr Auto fahren wollt... Manche Autofahrer sind echt das allerletzte... Also die... Die schneiden... Und... Die nehmen euch die Vorfahrt... Und... Fahren euch sonst was hin... Also... Nicht sonst was hin... Äh... Die... Die fahren wie die... Wie die Bekloppte... Also packen noch ein... Ja... So... Ich muss dich jetzt zurück... Auch ganz weit... So... Das ist noch ein normaler Platz. So und sonst sind wir zu Hause. 10 Minuten gequatscht. Mach zu. Das geht raus. Radio. Das machen wir mal auf die Tür. Ansonsten würde ich sagen, war es das erstmal von meiner Seite aus. Auto aus. Und ist er dabei worden? Noch einer dabei worden? Ja gut.